Es ergle sich die kluge Welt, das Gottes Sohn verlässt den hohen Ehren drum, dass er in Fleisch und Blut sich kleidet und in der Menschheit kleidet. Die größte Weisheit dieser Erden muss vor des höchsten Rat zur größten Torheit werden. Was Gott beschlossen hat, kann die Vernunft doch nicht vergründen. Die blinde Leiterin verführt die geistlich Blinden. Die blinde Leiterin verführt die geistlich Blinden. Die blinde Leiterin verführt die geistlich Blinden. Die blurred Teile des oberen Binder. Die wager heistlich Blinden. τα heistlich Blinden. Vielen Dank.